so liebe leute herzlich willkommen zurück zu octopus traveler mit mir dem merius und durch euch den zuschauern so nach einer kleinen stärkung und ein bisschen ne atempause geht's weiter nachdem wir die die ihren platt gemacht haben und die den deutsch bekommen mal gucken wie wichtig der ist sie leben doch noch ich glaube die frau lebt auch noch und jetzt soll nicht mehr was in der was ist das das kann doch nicht sein ein exemplar von aus den tiefen der hölle wie bedauerlich das ist nur eine gekürzte ausgabe noch dazu modern übersetzt und abgesehen von einigen einfachen anleitung zu den rieten und den erforderlichen reagenzien fehlen alle anderen details nicht einmal der mögliche nutzer dieser blutkristalle wird erwähnt was haben wir denn da ein stück parlament steckt zwischen den seiten berechnungen zur anzahl der versuchspersonen die vor einem blutkristall erforderlich sind verstehe und dass eine notiz erstes exemplar erfolgreich synthetisiert und geliefert geliefert könnte sein dass jemand diesen furchtbaren stein in auftrag gegeben hat das ist reine spekulation aber könnte derjenige der hinter dem hier steckt in verbindung mit den gestohlenen folianten stehen ach guck mal wo bin ich ich fühle mich das schlafmittel welches euch dieser schreckliche mann eingeflüstert zeigt auch wirkung grundig erstmal aus wer seid ihr excuse me eine ausgezeichnete frage meine gute und eine die ich gern beantworte das heißt wo wir erzählen ihr gerade alles was passiert ist jetzt sind wir bei der was du machst einem armen mädchen den hof das gerade aus dem koma wacht bist kennst du denn gar keine scham komm sei doch nicht albern odette ich wollte nur kavalier sein natürlich maldette jedenfalls odette gibt es einen gefallen um den ich bitten möchte noch einer bitte registriere um meine absolute überraschungslosigkeit die Wahrheit ist im geheimlabor unseres entführers fand ich ein gekürztes übersetztes exemplar von aus den tiefen der hölle vor was war das du machst scherze nichts mehr mit überraschungslosigkeit unnötig zu erwähnen dass da dass das ein überaus wichtiger anhaltspunkt sein könnte dass ich muss herausfinden wann und von wem diese aufgabe diese ausgabe übersetzt wurde lass mich mal sehen absolut nicht im tag aber was was wer immer es gebunden hat hat keine kosten und mühen gescheut das dachte ich auch es gibt nur wenige buchmacher im reich die solch einen folianten binden können na gut ich werde helfen ich danke dir ein bisschen brainstorming ne aha heureka das ist ja das würde in so einem buch zeigen gerade hast du etwas gefunden die so dünn wie robusten seiten sind charakteristisch für tiefs für feinstes kiefernholz während die textur des leuchtendroten einwandes eindeutig auf gegerbtes lammleder hinweist es gibt nur ein ort im ganzen reich an dem beides in ausreichenden mengen vorhanden ist das bedeutet dass steingrad ich bin ganz sicher mhm dorthin musst du also reisen ja wohin sonst ich muss diesen orlianten diesen orlianten diesen folianten finden Odette und zwar bevor noch weitere schrecken unser schönes königreich erschüttern können ich sehe das war keine frage weißt du reisegeplänkel letzte mit alfin ha alfin mein freund ihr wirkt niedergeschlagen es ist nichts dennoch mach ich mir Sorgen um euch nun ich muss immerzu an die armen Leute denken die geopfert wurden eine schreckliche sache Menschen sollten nicht instrumentalisiert werden wissen ist ein werkzeug das zum guten und zum bösen eingesetzt werden kann abhängig von seinem meister entscheidend ist der charakter der person die das werkzeug einsetzt die beschaffenheit ihres herzens ein herz euer herz ist voller güte und ich glaube dass jedes wissen in euren händen sicher ist ach hört auf damit professor ich habe genug damit zu tun möglichst alles über medizin zu lernen wie dumm auch sei es macht mich krank an all das zu denken ich muss mir die hände waschen nehmt dies ein taschentuch vielen dank professor hm ich glaube ich werde viel von diesem mann lernen da haben wir doch auch welche die sich gefunden haben im gesetz zu Therian und Siren ein wenig zu wahr ja war ein bisschen zu wahr da ist ein Mann im schwarzen cape das gefällt mir schon gar nicht du bist noch hier ja du bist noch hier ich bin ich bin du bereit du dich du 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 Caution. Du Caution? Ich glaube, wenn du aufhörst auf das, was du denkst, schmeißt, von mystery. Ein Mann kann nicht so schnell verändern seine Gottes-Given-Disposition. Du hast gesagt, es war 15 Jahre vor, dass die Tome verletzt wurde. Das habe ich gemacht. Was ist das? Wie kann man sich daran erinnern, der dann-Headmaster der Akademie murte unter mysteriösen Umständen. Das gleiche Jahr. Und du glaubst, dass die beiden Inzidenzen miteinander verbunden sind? Nein. Ich liebe nur die Trivia verletzt. Das ist eine Trivia. Aber jetzt, dass du es erwähnt hast, die Verletzungen nach dem Inzidenzen würde eine gewisse Möglichkeit geben, um ein Artikel aus den Archiven zu verabschieden. Würdest du nicht sagen? Deine Inzidenzen ist nicht wertvoll und verabschiedet. Ich werde das in der Augen halten halten. Ich sage es, Cyrus. Schau dich da draußen. Ich werde. Und ich werde zurück, als ich nach dem Boden komme. Du hast meine Worte. Ich werde mit den Bellen warten. Was habe ich gesagt? Und so verabschiedete sich Cyrus von Kammbruch. Das übersetzte Buch, das er dem Übertäter abgenommen hatte, führte ihn zu seinem nächsten Ziel, nach Steingrad im Hochland, wo das Original des Buches, das er suchte, sich sicher befand. Cyrus suchte weiter nach der Wahrheit. Damit haben wir das Cyrus-Kapitel. Heißt aber nicht, dass wir fertig sind hier. Ganz und gar nicht. Eine junge Dame hat die auch ein Kapitel. Da war so Licht einfach nur. So, dann machen wir mal unsere Gruppe wechseln. Eifel, kannst du kurz raus, ne? Und dann natürlich direkt. Geschichtel aus dem Traffahr. Du trittst in die Frühstapfen des namenlosen Autors und findest dich in einem Kammbruch wieder, das sich sehr von dem Ort unterscheidet, den er beschrieben hat. Hier beginnt deine Suche nach Handelsgelegenheiten. Was bisher geschah, beflügelt von einem seltsamen Notizbuch, das sie erworben hatte, machte sich Tressa zu einer Reise auf. Nun folgt sie der Spur des anonymen Autors, in der Hoffnung, die Welt zu sehen und alle Schätze, die sie birgt. Wo war ich stehen geblieben? Jede Reise ist wie ein endloses Meer voller Gelegenheiten. Doch nichts ist so wertvoll, wie die Begegnung mit anderen. Neue Beziehungen aufbauen und sei es auch nur für eine kurze Zeit, ist ein unvergessliches Erlebnis. Denn es bietet einem die Chance, andere und sich selbst kennenzulernen. Ich werde heute hier übernachten, in Kammbruch. Es ist eine verschlafene kleine Bergbaustadt. Im Moment wenigstens noch. Glaubt man den Gerüchten gibt es in den Hügeln Gold. Und das hat das Interesse vieler Goldschiffer geweckt. Ich frage mich, welche Begegnungen mich hier erwarten mögen. Das muss Kammbruch sein. Ja, das ist Kammbruch. Als trostlos würde ich es allerdings nicht bezeichnen. Heureka! Wir haben Katzengold ausgegraben, oder was? Gold! Ich bin auf Gold gestoßen! Also das ist wirklich ein Brief nach Haus wert. Wo ein Nugget ist, sind auch noch mehr. Und ich werde sie alle finden. Nicht, wenn ich sie zuerst finde, mein Freund. Ich schätze, in diesen Hügeln gibt es wirklich Gold. Irgendwas sagt mir, dass es sich lohnt könnte, hier Handeln zu betreiben. Okay. Sie hat was mit diesem Herrn Moloch. Moloch. Arbeit einstellen, da kommt Herr Moloch. 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 Der sieht aus wie ein Koch. Der sieht echt aus wie ein Koch. Schön euch alle so aufrecht schupfen zu sehen. Wer ist dieser Herr Moloch? Seht her! Echtes Gold! Was schätzt ihr, wie viel es wert ist? Lass mich diesen schönen Nugget mal ansehen. Ich würde es dir gerne für einen angemessenen Preis abkaufen. Ich sage es noch einmal, also hört gut zu. Diese Mine und das ganze umliegende Land sind alleiniges Eigentum des verehrten Herrn Moloch. Deshalb gehört alles Gold, das hier gefunden wird, dem Gesetz entsprechend ebenfalls ihm. Doch zu eurem Glück ist Herr Moloch sehr großzügig und wird jedem seinen Grund voll Goldfund abkaufen. Goldfund. Grabt also weiter, dann werdet auch ihr vielleicht schon bald unermesslich reich sein. Juhu! 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 Sieht ganz so aus, als ob dieser Moloch diese Miene fest im Griff hat. Dann werde ich hier wohl nicht mit Gold handeln. Aber trotzdem... Lässt sich mein Händler sehen auf einträgliche Geschäftsmöglichkeiten in dieser Staff... Haufen! In dieser Staff... Staff... Stadt! Der sieht aus, als hätte sein Fahrradhelm auf. In der Stadt umsehen. Da wir uns hier schon mehr oder weniger umgeguckt haben, direkt zu den Story-Bereichen. Ich grabe und grabe und grabe und kann trotzdem kein bisschen Gold finden. Der shit! Verdammtes Pech! Ich habe so auf eine Chance gehofft, alles zum Besseren wenden zu können. Ich war so ein Narr. Ich habe mir sogar Gold geliehen, umherzukommen. Wie kann ich jemals wieder meine Frau unter die Augen treten? Was ist das? Entschuldigt mein Herr, ich werde euch diese Steine abkaufen. Ja! Ja, äh, wirklich? Hm... Ich habe den Dieb... Ah! Und den Bahre Steine abkaufen. 500. Ein matterer schwarzer Stein. Mit richtig politisch glänzend erhellt. Nachlass 225 ordnet. Ihr könnt meine Ware gebrauchen. Seid gesegnet. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Ich... Ich kann dir die nicht guten Gewissens verkaufen, Fräulein. Das sind ungewöhnliche Steine. Aber ich bestehe darauf. Ich bin Händlerin und ich ahne, dass sie mehr hergeben, als auf den ersten Blick es scheint. Danke. Dann sollen sie dir gehören. Herzlichen Dank. Ja, das ganze Gold ist nämlich Katzengold und so. Ich glaube, die, die was finden, also die, die Gold finden, sind praktisch mit unter diesem Morlock unter einer Decke. Könnte sein, sodass halt, äh, dieses Dorf bewohnbar gemacht wird. Das heißt, die müssen dann alle Steuern doch an dem zahlen, oder? Das heißt, so vermehrt er sein Reichtum, ohne wirklich Geld auszugeben für diese ganzen Goldfunde. Unter dieser Trickkruste wartet dieser prachtvollen Stein nur darauf, entdeckt zu werden. Du hast ein gutes Auge, junge Dame. Hä? Entschuldigung? Der sieht doch echt aus, als hätte ein Fahrradhelm auf, oder? Hä? Hä? Das sind die selben Steine, die ich gekauft habe. Häh? Ich bin Tressa. Ich bin ebenfalls ein Fahrradherrhelm. Noch nie zuvor habe ich Steine gesehen, die derart leuchten. Auf den ersten Blick sehen sie wie gewöhnliche Steine aus, aber das kann mich nicht täuschen. Du hast keine Ahnung, was du da gerade gekauft hast, oder? Sollte ich? Das sind Himmelssteine. Sie sind selten, aber man findet sie, wenn man weiß, wo man suchen muss. Zunächst scheinen es völlig unauffällige Steine zu sein, aber mit etwas Muskelschmalz bekommt man einen herrlichen Edelstein. Das wusste ich nicht. Und trotzdem hast du all diese Steine gekauft. Was bist du doch für ein grünen Schnabel. Grün Schnabel! Tja, immer nur weiter so. Wir sehen uns. Grün Schnabel. Mr. Ali, Alia, Baba. Hm, grün Schnabel. Und er ist ein fieser Geier. Mit Fahrradhelm. Aber dafür ist keine Zeit. Ich muss die Steine verkaufen. Quatsche? Na, Reisegeplänkel? Oh, ne, noch nicht. Ach, da wird dieses Stück grün. Kommt her. Kommt alle her. Seid die Ersten, die einen der seltenen Schätze des Reichs ergattern können. Gold? Nö, viel besser als Gold. Und jetzt wirft einen Blick auf den glänzenden Himmelsstein. Den? Du hast auch fünf Stücken, Madame. Oh, mein. Oh, ha. Seid noch, wie der funkelt. Lasst mich mal sehen. Und, eine echte Schönheit, nicht wahr? So etwas habe ich noch nie gesehen. Absolut atemberaubend. Ja. Ja. Aber wusstet ihr, dass der Glanz des Himmelsstein nur noch von seiner Seltenheit übertroffen wird? Wenn ihr also einen kaufen wollt, könnte dies eure einzige Chance sein. Ich sehe. Ich nehme einen. Splendid. Oh, ich auch. Ja, genau das, was er gerade gesagt hat. Ist mir ein Vergnügen oder eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Puh. Puh. Die Steine gingen wie geschnitten Brot. Ja. Ha, das ist wirklich ein guter Ort für Geschäfte. Zeit, den Vorrat aufzustocken. Habe ich jetzt echt Geld gekriegt? Tatsächlich 1500. Reisegeplänkel. Mit Cyrus. Ein Himmelsstein, hm? Eine bedeutende Entdeckung. So viel ist sicher. Wisst ihr viel über die Himmelssteine, Professor Albright? Ich habe wohl schon das eine oder andere Buch über sie gelesen und weiß, dass es sich bei ihnen um ein Erz handelt. Aber ich habe den Stein nicht erkannt, selbst als er direkt vor mir lag. Aber eure Augen haben euch nicht getäuscht. Vielleicht ist hier euer Händelinstinkt am Werk. Möglich. Ehrlich gesagt war ich nicht ganz sicher, ob diese Steine wirklich wertvoll sind. Aber das Händelstgeschäft bietet nicht jeden Tag gute Gelegenheiten. Doch eine auf muss man sie beim Schopfe packen. Beim Schopfe. Eigentlich beim Schopfe. Zweifellos. Ich muss zugeben, dass ich recht beeindruckt davon war, wie alle die Steine verkauft habe. Immer und überall habt ihr den richtigen Richter für ein gutes Geschäft. Das macht euch zu einer wahren Händlerin. Ein kluges Spiel, Dresser. Ich hoffe, noch mehr davon erleben zu können. Abgemacht, Herr Professor. Dann machen wir uns ein bisschen zu weit. Noch ein paar mehr Steinchen holen. Und das müsste Ali Alia Barboa zeigen. So, einmal hier wieder einen. Er kann studieren dich. Alter 49, Nummer 0777. Hochland. Sorge, kein Gold zu finden. Kaufen wir die dir ab. Kann ich echt nur kaufen? Ihr wollt das kaufen? Für ein gutes Geschäft bin ich immer noch zu haben. Okay, dann gut. Dann kaufe ich sie halt ja alle ab. Wir falschen immer noch. Dass ich die nicht beklauen kann. Voll behindert. So, hier. Studieren. Da wollen wir mal sehen. 29, Nummer 419. Geburtstag, Södländler. Motto, wer arbeitet, muss auch essen. Okay. Alles kaufen. Garmesvolles Erz. Und unscheinbarer Stein. Das gefällt euch. Na, dann nimmt's euch. Wirklich noch da oben? Verdammt. So, hier. Studieren. Da wollen wir mal sehen. Alter 31, Nummer 822. Kapuzt und Flachland. Rang 102 von 1274 in der Menge abgebauten Mineralien. Sehr interessant. Katzengolt, Erz. 1000. Seltener Stein. 5000. Okay. Seid ihr die Person, die alle die Scheine kauft? Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Das sollte genügen. Jetzt zurück zum Platz. Zum Bazar gehen. Cool. Wir kaufen für 500 ein, um 1500... Nein, wir kaufen für 225 ein, um 1500 zu machen. Und jetzt wieder... Tretet näher. Oh. Sei der erste in der Linie, um den rarsten zu sehen. Das sagt sie jetzt wieder selten. Ladies and gentlemen, gather round and prepare yourselves for a breathtaking sight. This, my friends, is the one and only sparkling, shining Sky Stone. You can be the proud owner of these lovely gems for just a fraction of her prices. What? What a dirty trick. Setting up shop right next to me? I won't go down without a fight. They certainly are beautiful. But what makes your stones different from hers? You won't find purer sky stones anywhere. Just look at them. You can see all the way through. Not a single blemish or impurity to be found. Dazzling, is it not, m'lady? Almost as dazzling as your eyes. Well, when you put it that way... Resorting to cheap flattery. Does he have no shame? Do you have a daughter, my good sir? That doll's a boulder fall mate, no? A precious gift for a precious little girl, no doubt. Indeed it is. Ah, clearly you're the type of father who wants only the best for his darling child. Do you truly believe that doll will suffice? The sky stone is as pure, innocent, and beautiful as a daughter's love. And every time she sees its radiant glow, she'll remember her dear father who gave it to her. Its light will connect her to you, no matter how far you may travel. Dear father, where do you roam? Dear father, when will you come home? Surely you can see why this would be the best purchase you'll ever make. I can just see her smiling face now. What a pleasant young man. Yeah, I'll take one. You're most welcome, my good sir. What? Step right up, there's not a moment to spare if you want a rare sky stone to call your own. You won't find them anywhere else, I promise. You won't be disappointed. I'll take one, please. One for me, too. Thank you, thank you. Woo, would you look at that! Business is booming! Well, maybe not for all of us. You win this round. There's no way I'd lose to a green pea like you. I'll admit, I've never seen anyone make a sale like that before. Practice makes perfect. If you want to survive in this world, you need to learn how to tug heartstrings and loosen purse strings. But being a merchant is about more than just making a sale. A good merchant should understand what their customer needs and sell them what's best. What I sell may not be what they need, but it is what they want. What's wrong with a little embellishment? Embellishment? A merchant's words are like a warrior's blade. Don't forget it, Green Pea! Oh.. Der hat echt... Ali hat echt Dachschaden. Nein, das nicht unbedingt. Aber mit ein wenig Übung könnte ich vielleicht noch mehr verkaufen. Ähm, nun ja. Vielleicht ist es wirklich einfach nur viele Übungen, die ihn so gewarnt gemacht hat. Genau, also muss ich nur noch mehr üben. Am besten fange ich sofort damit an. Ihr spielt eine Kunde in Ordnung. Moment, was? Ja, sehr schön. So, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir machen hier eine Pause. Schön 30 Minuten, ne, passt auch ganz genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich halte euch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Octopause Traveler mit mir. Mehr ist natürlich euch, den Zuschauer. Also denn, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr nicht abonniert habt, so abonniert doch bitte. Und drückt die Glocke, damit ihr auch nichts weiteres verpasst. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Also bis dann, haut rein, liebe Leute. Ciao.